Musik Waldemar Hartmann und Jürgen Sparwasser bei MDR Evo Boat über Fußball. Sportlegende plaudert aus, nach dem Tor dürfte ich nicht mehr auf die Rekabahn. Leipzig, Zeit für wahre Sportlegenden. Jörg Willaba, 52, und Stefanie Stumpf, 33, haben sich in die aktuelle Ausgabe des MDR Evo Boat's Große Helden der Sportgeschichte eingeladen. Mit dabei waren diesmal unter anderem Waldemar Hartmann, 70, und Jürgen Sparwasser, 69. Der DDR-Fußballer erinnerte sich in der Sendung zum Beispiel an den legendären Sieg gegen die BRD 1974 und dass er sein Siegtor damals gar nicht richtig feiern durfte. Wir mussten ja weiter nach Düsseldorf, das nächste Länderspiel stand ja auf dem Plan. Aber an dem Abend haben wir schon ein Bierchen getrunken, in Hamburg, dem Ort des Spiels, in dem wir gegen die BRD gesiegt haben, sagt Sparwasser. Der Bundesgrenzschutz hat uns ein bisschen betreut und ich hatte mich dort mit jemandem angefreundet. Er hat immer mal heimlich ein Bierchen vorbeigebracht. Da witterte der Fußballer offensichtlich seine Chance. Nach dem Spiel habe ich gefragt, du, wie sieht es denn aus, wir drei wollen mal auf die Reeperbahn, ist das noch möglich? Da sagte er, die zwei ja, du nicht. Ich sage, wieso? Ja, wenn die dich auf der Reeperbahn sehen, dann werde ich entlassen. Also, ich ins Bett, die beiden anderen auf die Reeperbahn. Das war eine erste Strafe, die ich für dieses Tor bekommen habe. Nicht die einzige Strafe. Moderatorin Stefanie Stumpf kackte nochmal nach und Sparwasser erinnerte sich an eine Aussage von Angela Merkel, 63, CDU. Auch im Osten hat man den Sieg zwiespätig betrachtet und es gab auch Leute, die den nicht für gut geheißen haben. Unter anderem auch unsere heutige Bundeskanzlerin. Die hat also mal in einem Interview gesagt, dass sie sich damals mächtig geärgert hat, dass die DDR damals gewonnen hat, sagte der DDR-Sportler. Zu dieser Zeit ist sie noch in FDJ-Kleidung rumgelaufen, heute fährt sie zu den BMS und feiert mit den Spielern, wenn sie gewonnen haben. Das sind also praktisch Dinge, die man nicht so verstehen kann. Waldemar, Waldi, Hartmann packte in der Sendung über seinen legendären Weißbier-Werbedil aus sein TV-Interview mit Rudi Völler, 57, damals Trainer der deutschen Nationalmannschaft, ist jetzt knapp 15 Jahre her. Die Stimmung damals, geladen. Denn Deutschland hatte im Spiel gegen Island nur ein Unentschieden erreicht. Die Leute haben mich danach gefragt, was hast du in diesem Moment gedacht? Wenn du erlebst, dass du gerade bei einem Fernseherlebnis dabei bist? Und ich bin da ganz offengeständig, weil ich eine starke Merkantile-Ader habe. Ich habe mir gedacht, wenn du jetzt keinen Weißbier-Werbe-Wertrag aus dieser Nummer herausbekommst, dann bist du ne Lusche. Und ich dachte, die stehen jetzt schlange, so Hartmann. Falsch gedacht. Das Spiel war Samstag, am Mittwoch in Dortmund, und am darauffolgenden Montag, immer noch nichts. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Die Bild-Zeitung titelte, Weißbier-Werbedil, ich war auf dem Silbertablett, Marketingstrategien müssen so etwas eigentlich erfinden. Bei mir wurde es frei Haus geliefert. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Hartmann griff dann aber selbst zum Hörer. Dann habe ich einen alten Spezi angerufen, der beim BR früher war und nun Unternehmenssprecher einer großen Unternehmensgruppe war, zu der auch eine Brauerei gehörte, und sagte zu ihm, ja, sag mal, schlaft ihr denn da? Oh, ich kniee nieder vor dir, war seine Antwort. Ich sagte, stehe lieber auf und fange das Danken an, ich bin Weißbier-Waldi. Weiter erzählt der Sportmoderator, ich weiß es noch genau, am Freitagmorgen gab es einen Handschlag mit dem Vorstand der Brauerei und dann haben wir es abends in der NDR Talkshow bei dir, Jörg, verkünden können. Hat mich netzfrei gemacht, ehrlich gesagt, denn der Vertrag war handelsüblich dotiert. Ich bin Weißbier-Waldi.